Morgen Leute, ich bin gerade dabei das Video zu schneiden von gestern und ich habe gerade aus dem Fenster geschaut und ich gedacht habe, ja, nach dem Essen gehe ich dann gleich laufen, raus und jetzt schaue ich euch mal an, dass es gerade aussieht im Moment. Es schneit einfach. Es schneit schon wieder. Da habe ich mich gerade so gefreut, dass es wieder einigermaßen warm wird und es schneit. Naja, hoffentlich bessert sich das im Laufe des Tages, dann kann ich mich wieder raus. Also im Wetter wird das jetzt nicht so unbedingt hockt, aber hoffen wir auch mal das Beste. Willkommen zum zwölften Tag der 30-Tage-Change. Ich habe mich jetzt irgendwie noch aufgeraumt rauszugehen. Ich habe Nikolas jetzt geschrieben, der von vorgestern Teil auch noch dabei war, ob wir irgendwie noch kicken gehen wollen, weil ich einfach so demotiviert bin. Tags immer. Ich habe da irgendwie keinen Bock, irgendwo rauszugehen oder irgendwas zu machen. Das war jetzt gerade schon die Überwindung da, jetzt noch irgendwas zu machen, vor allem weil es einfach extrem kalt ist. Und ich habe es euch ja schon gezeigt, es schneit. Also, ich schaue jetzt mal, wo Nikolas ist und dann nehme ich vielleicht auch noch was auf. Ich weiß es noch nicht. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Da hab ich dich nicht verpixeln vorbeigelaufen und wir sind halt hier einfach auf dem Rasen bei perfekten Bedingungen und er meint dann nur so, es ist halt im Sauwetter und ihr spielt Fußball. Wir haben dann schon noch überlegt, was sagen wir so, falls er uns irgendwie drauf anspricht und dann Nikolas meinte, ja, wir trainieren schon mal für die Rückrunde und ja, keine Ahnung. Ja. 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 J m Helle Tamat. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach unten da, dass ich auch weiß, dass euch das Video gefallen hat, also lasst auf jeden Fall einen Daumen nach unten da, schreibt in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, dass ich natürlich auch weiß, was ich weiterhin machen muss. Ja, magst du noch was sagen, Nikolas? Nö, das war alles. Das war alles, okay. Bis morgen. Bis morgen. Tschau.